Während Tabea Rodes Nachtschicht auf der Kinderstation wird der kleine Elias von der Notaufnahme zu ihr gebracht. Er wurde verletzt und im Schlafanzug auf einer dunklen Landstraße von einer Taxifahrerin aufgelesen. Seitdem hat er bis auf seinen Vornamen kaum etwas gesagt. Sag mal, willst du mal erzählen, wie du weiterheißt? Nein? Was hast du denn gemacht draußen so ganz alleine? Willst du auch nicht erzählen? Wenn so ein kleiner Junge nachts alleine über so eine Landstraße läuft, das ist natürlich super gefährlich. Und da macht man sich schon Gedanken, wie kann er sein? Wo kommt der her? Warum läuft der da ganz alleine rum mitten in der Nacht? Da kann ja so viel bei passieren. Da macht man sich schon Gedanken. Was hast du am Arm gemacht? Sag mal. Hingefallen. Du bist hingefallen? Okay. Dann gucken wir gleich einmal nach deinem Arm auch, ja? Ich höre einmal schnell auf dein Herz. Biss auf. Ich geh einmal hier drunter. Und ich mess mal Fieber. Das kennst du bestimmt von der Mama. Das macht ihr bestimmt auch immer so, ne? Mein erster Eindruck war, dass er schon sehr zurückgezogen und ruhig und in sich gekehrt war. Jetzt natürlich die Frage, ist er vielleicht immer eher ruhig oder war da wirklich irgendwas passiert? Das war mir in dem Moment noch nicht so richtig klar. 35,9. Okay. Da warst du wohl ein bisschen zu lange draußen, ne? Ist dir ein bisschen kalt geworden, ne? Bist du auch auf deinen Kopf gefallen? Tut dir am Kopf irgendwas weh? Nein. Tut dir sonst irgendwas weh? Nein. Außer deinen Arm wahrscheinlich, ne? Deine Beine. Mal gucken. Zeig mal einmal den Arm. Da ist alles in Ordnung. Da hast du nichts gemacht? Nein. Okay. Können wir den bewegen? Zeig mal her. Geht das? Das tut schon weh? Okay, pass auf. Dann lassen wir den liegen. Oh, du bist ein bisschen dreckig, ne? Kannst du uns nicht sagen, wie du noch heißt außer Elias? Das magst du nicht. Er will nicht. Auch nicht sagen, was passiert ist. Das wäre schon ganz gut, wenn wir das wüssten. Da wartet ja irgendwie immer. Mama, deine Hose ist ganz nass, ne? Was hast du denn da gemacht? In eine Pfütze gefallen. Du bist in eine Pfütze gefallen. In eine Pfütze. Sonst war aber nix nass? Nein. Uns war eigentlich schon beiden klar, dass er nicht in eine Pfütze gefallen war und dass dieser Fleck auch nicht von diesem Pfützenwasser war, sondern dass er in die Hose gemacht hat. Aber er wollte mit uns nicht drüber reden. Das war im Moment auch alles sekundär. Uns ging es erst mal darum, rauszukriegen, wer ist dieses Kind, warum ist er dahin gelaufen, warum ist er auf der Straße gewesen und was können wir jetzt machen, um die Eltern zu finden. Guck mal hier. Ah, guck mal. Elias Böttcher. Ist das dein Name vielleicht? Heißt du Elias Böttcher? Passe auf, ruf doch einfach mal der Polizei an und sag mal, dass wir hier ein Kind haben und guck mal, ob die vielleicht die Eltern auswendig machen können. Mach ich. Ja? Okay. Das wäre super. Wenn Kinder ins Krankenhaus kommen, ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir ganz schnell auch Erziehungsberechtigte dabei haben. Kinder können viele Sachen gar nicht so gut einschätzen, Orte, Zeiten, Zeitabstände und auch oft nicht so reflektiert erzählen, was da eigentlich passiert ist. Deswegen ist immer wichtig, dass auch eine erwachsene Person, am besten der Erziehungsberechtigte dabei ist, der uns da ein wenig weiterhelfen kann. Außerdem ist es natürlich auch deswegen total wichtig, weil wir für Minderjährige immer eine Einverständniserklärung der Eltern oder der Erziehungsberechtigten brauchen, damit wir überhaupt irgendetwas machen dürfen. Ein Anruf bei der Polizei klärt schnell, dass Elias bereits von seinen Eltern als vermisst gemeldet wurde. Jetzt kann auch die Taxifahrerin beruhigt nach Hause fahren. Kurz darauf kommt seine Mutter Susanne erleichtert in der Klinik an. Entschuldigung. Böttcher, mein Name. Ich suche meinen Sohn Elias. Können Sie mir helfen? Ja, Tag, Frau Böttcher. Hallo, Tabea, Rode, hallo. Geht es ihm gut? Ja. Was ist denn passiert? Das fragen wir Sie eigentlich. Das würden wir auch gerne wissen. Ich bin mir überhaupt nicht bewusst, was passiert sein kann. Kommen Sie ruhig mal rein. Bei einem Feriencamp. Und ich habe einfach einmal den Anruf bekommen, er wäre von da weggelaufen und ist allein unterwegs. Ich kann mir das gar nicht erklären. Er war gar nicht zu Hause? Nein, er war seit heute Morgen in einem Feriencamp. Aha, okay. Er ist neuerdings berufstätig. Wie alt ist er eigentlich? Mein Sohn ist acht jetzt geworden. Okay, dann haben wir gut geschätzt. Susanne kann kaum erwarten, bis Elias vom Röntgen zurück ist, um ihn in die Arme zu schließen. Die 36-Jährige macht sich große Sorgen um ihn und glaubt, schuld am Weglaufen ihres Sohnes zu sein. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwie eine Erklärung, wie das sein kann, dass er von da abgehauen ist? Gibt es da irgendeinen Grund? Nein, ich kann mir das nicht erklären. Also ich habe das im Vorfeld mit Elias abgesprochen und er hat sich so gefreut auf das Feriencamp. Er war total happy und wollte auch mit den Kindern spielen. Und ich kann es mir gar nicht erklären. Okay, heute Morgen wäre er nicht mehr ganz so begeistert. Aber ich dachte, das wäre die Aufregung und die Nervosität. Wissen Sie, andere Kinder, man schläft nicht zu Hause. Das verstehen Sie sicher. Ja. Ich habe gedacht, dass es daran liegt. Aber jetzt mache ich mir doch ernsthaft Sorgen. Vielleicht, wissen Sie, ich habe einen neuen Job. Ich habe vorher nicht gearbeitet. Und vielleicht ist Elias doch ein bisschen einsam und hat es sich jetzt nicht getraut, mir zu sagen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Vielleicht wäre ich besser einfach zu Hause geblieben. Vielleicht, ja, warten wir erst mal ab. Warten wir erst mal ab. Moment mal, hat man geklopft? Hallo? Wir sind wieder da. Elias! Hey! Schatz! Ich bin so froh, dich zu sehen. Guck mal her. Oh Gott, wie geht es dir gut? Vorsicht, ich glaube, da ist der Arm. Ich weiß nicht, was ist, aber... Oh Gott, was ist dir passiert, Schatz? Ich bin hingefallen. Hast du dir schlimm wehgetan? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wieso bist du denn weggelaufen? Schatz, komm, deine Mama, kannst du es doch sagen. Och, bitte, Schatz. Ist das, weil die Mama so viel arbeitet? Magst du dir Mama nicht sagen? Nein. Schatz, bitte, ich mache mir solche Sorgen. Und du hast dich doch so gefreut vor. Er war nicht an den Kindern blöd zu dir. Hat dich jemand geärgert? So, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal. Also, ich denke, er hat jetzt genug mitgemacht. Wir sehen einfach, dass er gerade nicht mit uns sprechen möchte. Ich denke, wir sollen es jetzt erst mal dabei bringen. Danke fürs Bringen. So, Elias, jetzt fahren wir mal hier rein. Dass der kleine Elias mit uns nicht sprechen wollte, war sehr schlecht für uns, weil wir keine Informationen von ihm bekamen. Aber wir haben ihn erst mal gelassen. Man muss es verstehen. Er ist dann nachts durch die Straßen geehrt. Wie wir dann erfahren haben, abgehauen. Einfach hatte wahrscheinlich Angst. Und da muss man sie in Ruhe lassen. Und erst mal abwarten, bis die von selber kommt. Das ist meist besser. Da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Ein Blick auf Elias Röntgenbilder zeigt, sein Arm ist gebrochen. Nach sechs Wochen Gips wird er ihn aber wieder normal bewegen können. Die Feriencampleiterin Kerstin ist nun in der Klinik angekommen. Unter ihrer Aufsicht war der Achtjährige ausgebüxt. Dann können Sie uns vielleicht erzählen, was passiert ist? Ja, also, ich saß gerade an meinem Schreibtisch und plötzlich kamen drei Jungs aus seinem Zimmer und haben gesagt, dass der Elias nicht mehr da ist. Also, ich war jetzt völlig perplex. Ich bin direkt in sein Zimmer abgeguckt, wo er ist. Sag mal, du kannst doch nicht einfach weglaufen. Wie können Sie das nur zulassen? Sie haben doch die Verantwortung. Ich habe mein Kind im guten Glauben bei Ihnen gelassen. Bringst du ihn einmal schon mal rüber für den Gips? Alles klar. Gut. Und dann reden wir weiter, okay? So, Elias. Bis gleich, Schatz. Bis gleich. Jetzt machen wir dir einen super, mega tollen... Du darfst dir bestimmt... Ich glaube, es ist besser, wenn wir das klären, wenn Elias nicht dabei ist. Ja? Selbstverständlich. Frau Braun, ist irgendwas vorgefallen? Hat er sich gestritten mit den anderen Kindern? Hat er das Essen nicht gemocht? Nein, gar nicht. Hatte er schlimmes Heimweh? Hat ihn jemand verprügelt? Die haben sich alle super verstanden. Die Jungs wussten ja auch nicht, wo er hin ist. Ich kenne doch meinen Sohn. Der läuft doch nicht einfach so weg. Also, irgendeinen Grund wird es ja schon haben, oder? Also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich habe halt im Zimmer geguckt, ob ich irgendeinen Indiz finde, warum er weggelaufen sein könnte. Und ja, dann habe ich im Bett geguckt und da war halt ein nasser Fleck auf dem Laden. Nasser Fleck? Ja, ich habe halt auch sofort die Decke drüber gemacht, damit die anderen Jungs das halt nicht sehen. Ich meine, er hat er ins Bett gemacht? Ja, ich weiß ja nicht, ob sowas schon mal vorher vorgefallen ist. Also, das kann nicht sein. Elias hat das letzte Mal ins Bett gemacht, da war er vier. Also, über die Phase sind wir eigentlich hinausverstanden. Naja, also, als er hier ankam, sah es auch so aus, als wäre, hätte er in die Hose gemacht. Also, da war auch ein nasser Fleck an der Hose. Also, grundsätzlich gilt, dass Kinder, die sechs Jahre alt sind, also an ihrem sechsten Geburtstag sich befinden, dann auch eigentlich nicht mehr ins Bett machen sollten. Oder man kann eben auch sagen, ab dem Schulalter. Es kann natürlich sein, dass manche Kinder länger brauchen, um trocken zu werden, als andere. Das ist völlig normal. Und wenn aber Kinder einmal trocken waren, dann sollten sie es auch bleiben. Was halt nicht passieren darf, ist, dass sie einmal komplett trocken sind, ein halbes Jahr oder auch länger, und dann wieder anfangen, ins Bett zu machen. Das ist etwas, was man auf jeden Fall weiter untersuchen muss. Kann es sein, dass es bei Elias eine psychische Ursache hat? Wissen Sie, ich arbeite seit neuestem wieder. Ich war vorher immer zu Hause, all die Jahre, als Elias klein war. Wir haben alles zusammen unternommen. Wir waren Picknicken, wir waren in Freizeitparks, wir sind zusammen ins Kino gegangen. Wissen Sie, wir sind ein Spitzenteam. Und jetzt habe ich eine neue Arbeit und, naja, Elias musste jetzt in das Feriencamp, weil ich habe eine Urlaubssperre und das ist das erste Mal, dass wir ihn von zu Hause wegschicken. Glauben Sie, es ist meine Schuld? Soll ich lieber zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten gehen? Also, grundsätzlich können solche Sachen natürlich auch psychische Ursachen haben. Das ist klar. Das wäre aber nur eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Ursachen. Zum Beispiel kann auch sein, dass er irgendwas mit den Nieren hat oder mit den ableitenden Harnwegen oder mit der Blase. All das kann man untersuchen. Das wäre die andere Möglichkeit. Also, dass es nichts Psychisches ist, sondern was Körperliches. Das machen wir aber nicht mehr heute. Okay? Tabea Rode möchte Elias nach der aufregenden Nacht Ruhe gönnen. Daher darf der Grundschüler auch am nächsten Morgen ausschlafen. Die Kinderärztin untersucht stattdessen den 16-jährigen Robin. Der hat heftige Schmerzen in den Beinen, die seinem Vater große Sorgen machen. Also, ich habe Knie, Becken und Fußschmerzen seit etwa acht Tagen. Und vor allem beim Gehen tut das sehr weh. Vor allem beim Gehen. Okay. Und das war jetzt so schlimm? Genau. Wir waren gestern am Wandern gewesen. Und eigentlich hat das nie gehabt. Aber gestern war es so schlimm beim Wandern. Teilweise musste ich den Stützen tragen, bis wir wieder beim Auto waren. Gestern Abend war wieder alles in Ordnung. Wir dachten, es geht wieder weg. Aber heute Morgen, als er zur Schule gehen wollte, war es ja so schlimm. Wir mussten herkommen. Als ich Robin habe laufen lassen, ist direkt aufgefallen, dass er sehr steif und stark sich läuft. Dass er auch so ein bisschen humpelt oder hinkt. Also, war schon ein sehr auffälliges Gangbild. Zieh doch einfach die Schuhe aus. Wir wollen ja heute noch fertig werden. So, stellst du dich nochmal hin? Gerade warst du irgendwie größer, ne? Ja, größer, ne? Was hast du denn da für Schuhe an, sag mal? Stellst du dich einmal hin? Waffe los. Haben die so einen riesen Absatz? Oder kannst du mal gucken? Es gab ja mal diesen ganzen Rundschuhe da. Sag mal. Irgendwie ist die Sohle ganz schön nah. Du hast eine Innensohle da drin, die so hoch ist, ne? Ist doch nicht die original Sohle davon, ne? Das sind ja nicht mal hohe Einlagen, ne? Hat er irgendeinen Grund dafür? Alles gut, aber alles gut. Also, sowas ist ja eigentlich, lässt man sich sowas ja verschreiben, ne? So Einlagen. Keine Haltenschäden, im Sport war alles normal. Bist ja noch nie irgendwer geklappt. Warum hast du denn? Ja, okay, ich hab mir die im Internet bestellt, vor ungefähr zwei Wochen, weil ich einfach nicht mehr der Kleinst aus der Klasse sein wollte. Alle sind größer als ich, auch die Mädchen und deswegen. Und du bist 16 Jahre alt, das ist, du wächst doch noch. Du brauchst dich keine Gedanken machen. In deinem Alter war ich schon ein Stück kleiner. Normalerweise werden Einlegesohlen in Schuhen auch verschrieben, die werden genau auf die Fußform angepasst und natürlich auch genau auf das Problem, das man behandeln möchte. In dem Fall hat er sich einfach irgendwelche Sohlen aus dem Internet bestellt, um größer zu wirken. Da muss man einfach sagen, dass wenn man einfach irgendwelche Sohlen holt, die vielleicht gar nicht für einen selber so richtig gut sind, dass man dann eine andere Haltung einnimmt, dass die Lenker anders belastet werden, als sie eigentlich belastet würden und dass sowas natürlich auch zu Schmerzen führen kann, weil man sich einfach ganz anders hält und natürlich kann das auch irgendwann wirkliche Schäden hervorrufen. Du bist noch jung, dein Wachstum ist noch nicht abgeschlossen und ich meine, du hast einen großen Vater, du hast ganz gute Chancen, auch noch ein Stück zu wachsen. Ja? Hoffe ich auch. Ohne die Einlagen werden Robins Beinschmerzen in den nächsten Tagen von alleine wieder abklingen. Jetzt möchte die Kinderärztin Elias zusammen mit seiner Mutter wecken. Aber den Jungen hat bereits etwas Unangenehmes aus dem Bett getrieben. Hallo Elias, was machst du denn da? Guten Morgen Schatz. Hey. Was hast du da gemacht? Was ist denn los? Was machst du denn da? Oh. Haben wir ein kleines Malheur passiert? Das ist ein Schlimmes. Eio. Das beziehe ich gleich neu. Das können wir schon wieder hin. Genau, ist nicht so ein Drama. Ist nicht so schlimm. Als wir zu Elias ins Zimmer gekommen sind am Morgen, haben wir ihn aufgefunden, wie er mit dem Handtuch versucht hat, sein Bett trocken zu machen. Augenscheinlich hatte er da wieder ins Bett genässt. Wir haben ihn dann auch darauf angesprochen. Er hat es dann auch zugegeben und da hat sich dann schon gezeigt, dass es doch ein wirkliches Problem war bei ihm. Sagen wir mal, passiert das öfter, Elias? Ja. Aber warum denn? Ich hoffe, dass ich mir nachts was schlug. Aber warum? Das tut immer so weh. Was tut weh? Das Pipi machen. Das Pipi machen? Warum hast du nichts gesagt, Schatz? Passiert das denn tagsüber auch oder hast du das nur nachts? Nachts, ich halte tagsüber immer ein, dann nachts was jetzt? Du hältst tagsüber ein, weil das weh tut? Okay. Medizinisch gibt es vor allem in eine Richtung eine Erklärung für Bettnässen und das ist eben, dass irgendetwas mit den ableitenden Harnwegen, mit der Blase oder mit der Niere nicht in Ordnung ist. Das Einfachste ist, dass man einfach nur einen Harnwegsinfekt hat. Das kann tatsächlich dazu führen, dass man ganz viel Harndrang hat, natürlich gerade bei Kindern, weil es ja auch weh tut, dann Pipi zu machen, dass die einhalten und bis sie irgendwann nicht mehr einhalten können und dann kann es halt auch zu diesem Bettnässen kommen. Als Elias im Ferienlager in seinem nassen Bett aufgewacht war, befürchtete er, von seinen Zimmergenossen ausgelacht zu werden und lief davon. Erst nach der Untersuchung seiner Urinprobe versteht er, dass er nichts dafür konnte. Was heißt das jetzt, Frau Doktor? Das bedeutet, das ist tatsächlich ein Harnwegsinfekt, so wie ich das schon vermutet hatte. Das Gute ist, wie gerade schon gesagt, das kann man behandeln. Wir geben ein Antibiotikum, was meistens wirkt und dann hoffen wir, dass damit diese Sache auch schon gegessen ist. Das klingt ja doch gut am Ende. Schatz, dann bekommst du jetzt ein Medikament und dann ist alles wieder in Ordnung. Dann hast du auch keine Schmerzen mehr. Alles wird bald wieder gut. Darf ich aber auch wieder ins Camp? Möchtest du wirklich unbedingt? Ich habe gedacht, für dich ist es nicht so schön, weil die Mama jetzt wieder arbeitet und sie hat dich ins Camp geschickt. Bist du nicht traurig? Hast du wirklich Spaß? Ich freue mich. Ach, das erleichtert mich aber. Ich habe schon gedacht, du hast keine Freunde gefunden und bist deswegen abgehauen. Was, nur wegen dem Bettnässen? Möchtest du nicht? Immer mal passieren, dass Kinder ins Bett machen. Eltern kann ich da nur raten, das nicht zu tabuisieren. Das ist ganz wichtig, also dass man immer darüber spricht, dass sowas auch mal passieren kann, dass man Verständnis zeigt, dass man dem Kind nicht sagt, wie kannst du nur so dumm sein, warum passiert dir denn sowas? Das sollte man eben nicht tun, sondern eben mit viel Verständnis reagieren. Und sollte das dann gehäufter vorkommen, dann muss man der Sache wirklich auf den Grund gehen und einmal schauen, warum passiert das? Hat das eine psychische Ursache, geht es dem Kind so irgendwie nicht gut oder eben eine körperliche Ursache? Das Antibiotikum hat bei Elias schnell angeschlagen und er konnte schon am nächsten Morgen wieder zurück ins Feriencamp. Das Bettnässen gehört ab jetzt wieder der Vergangenheit an und Elias braucht sich zukünftig für nichts mehr zu schämen.